Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Zeit für eine Challenge, würde ich sagen. Ich habe gestern auf YouTube eine sehr interessante und lustige Challenge entdeckt, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Die Redim Extension Pack Challenge. In der Challenge geht es darum, dass du für jeden Raum im Haus nur ein einziges Erweiterungspack verwenden darfst. Das heißt, du darfst in einem Raum nur Sachen, also Tapeten, Böden, Möbel, Deko, keine Ahnung was, aus einem Erweiterungspack nehmen. Das Erweiterungspack, was wir verwenden müssen, werde ich über so einen Random Pack Generator auslosen. Das seht ihr dann gleich. So viel zu den Regeln. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir fangen mal an, den Grundriss zu bauen. Da werde ich mal nicht so fancy. Wir machen hier einfach so einen fähigen Klotz. Ist das zu groß? Ne. Ne, das sollte gehen. Und für den Eingangsbereich machen wir hier vorne noch was. Dass man hier so reinkommt. Vielleicht nicht hier so in der Mitte. Und dann außenrum Dächer. Letzte 3Ds. Der Herrbauer und das ist nicht die Königsdisziplin. I hate it. Komisch aus, ne? Sieht das komisch aus? So, äh, das ist jetzt alles, was ich hinbekommen habe. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Döchern hier, aber wir lassen das jetzt. Äh, das Haus wird wahrscheinlich eh furchtbar aussehen. Deswegen muss ich mich da, glaube ich, gar nicht so verkünsteln. So, jetzt geht's los, indem wir mal unser erstes Erweiterungspack für den Außenbereich aussuchen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin hier auf einer Seite, die ich in einem anderen, äh, Video gesehen habe. Das sind es für Random Pack Generator. Hier kann man einfach sich ein Random Pack generaten lassen. Hu, hu, hu. Äh, hier gebe ich jetzt einfach mal die Nummer 1 ein. Und jetzt hoffen wir, dass ein vernünftiges Pack rauskommt. Generating, generating, generating. Buddy! Ja, ich glaube, da haben wir Glück. Ich glaube, da haben wir Glück. Ich glaube, da haben wir sogar sehr Glück. Gucken wir doch mal nach Wänden, die aus Schwellen ist taktend. So, da haben wir so Steinmauern. Was ist das? Das sind Rechteckstreifen. Oh, wow, okay. So, ich glaube, damit kann ich mich anfreunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber, auf jeden Fall müssen wir mal die Dachfarbe ändern. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal so ein Base Game. Die sieht nämlich furchtbar aus, so finde ich. Ja, wir lassen das mal so. Gibt es Fenster von, von, von Wellness Tag? Ja! Ach, cool, da gibt es diese großen. Ja, sehr cool. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Was haben wir denn für Türen? Doppeltür, jedenseits von Eden. Die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber sie ist aus Glas. Nun gut. Sollen wir jetzt hier den Eingangsbereich? Ja, komm, das sieht besser aus. Machen wir hier den Eingangsbereich. Oh, das ist ja hübsch. Das ist ja hübsch. Das habe ich noch nie verwendet. Das verzieht jetzt unseren Eingangsbereich hier. Können hier eigentlich noch so einen schönen Boden hin machen. Oh, wow. Ich mag's. Da gibt es doch auch diesen Zaun hier. Finde ich eigentlich ganz cool. Ah, da gibt es diese coolen Wasserfällänge. Oh, das wäre natürlich auch, äh, pompös. Das finde ich cool. Ich sehe schon, das Haus wird von außen richtig cool aussehen. Und Eden wahrscheinlich so furchtbar. Ja gut, ähm. Dann würde ich sagen, so schlecht sieht's gar nicht aus, oder? Was macht die? Okay, nachdem das erste schon mal so gut lief, bin ich frohe Dinge, dass das nächste auch gut läuft. Aber jetzt, äh, lasst uns erstmal hier so einen Grundriss reinbauen. Und zwar wird das hier das Bad. Hier machen wir so den Empfangsbereich. Beziehungsweise Eingangsbereich. Und dann machen wir hier einfach eine offene Wohn- und... Oh, das Haus ist riesig. Ich glaube, wir brauchen keinen zweiten Stock. Ich glaube, wir brauchen keinen zweiten Stock. So, liebe Leute, ich habe jetzt nochmal das komplette Dach umgebaut. Ich habe das erste Stockwerk entfernt, denn sonst wäre das Haus riesig geworden. Und, ja, so bin ich jetzt zufrieden. Gut, ähm, ja, hier ist mal die Innenaufteilung. Also hier ist der Eingangsbereich. Hier wird eine Wohn-Ess-Küchen-Bereich. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer und das Badezimmer. Oder wir machen ein Büro und ein Schlafzimmer. Ja, wir machen ein Büro und ein Schlafzimmer. Let's the plan! So, jetzt huschen wir schnell rüber und lassen uns... So, jetzt lassen wir uns ein neues Extension-Pack auslosen. Und dann dürfen wir uns aussuchen, welchen Raum wir damit dekorieren wollen. Bitte was Gutes! Tiny Living Stuff! Oh mein Gott! Ich... ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wir werden... Nein, das werden wir wieder zurückstellen. Wir werden... Tiny Living... Ich würde sagen, wir richten damit das Badezimmer ein. Das könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Wir haben keine Böden und keine Tapeten. Das heißt, dann nehmen wir dann einfach von Standard ab. Wir haben auf jeden Fall Badmöbel, was jetzt nicht in jedem Pack mit dabei ist. Deshalb... Ähm... Dann nehmen wir am besten die hier, die passen eigentlich ganz gut zu dem... Und wir wollen nur eine Dusche. Sonst ist das Bad nicht komplett. Sonst können da keine Sims dran wohnen. Dann nehmen wir dann einfach... Ja, die hier. Das hier können wir noch als Badregal nehmen. Oh, der sieht ja cool aus. So, ich muss sagen, ich mag das Bad echt gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass das so hübsch wird. Aber... Ich bin echt begeistert. Kann man nichts sagen. Und... Auf zum Nächsten. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Get famous. Okay? Show me what you got. Werde gewöhnt. Oh, wow, da gibt es ja einiges. Ähm... Ich sehe schon mal Betten. Betten, Betten, Betten. Es gibt auch eine Badewanne und so. Eine Bar. Sofa. Gibt es einen Fernseher? Ja, komm, wir machen ein Schlafzimmer draus. Wir machen ein Schlafzimmer. Ja, und zwar nehmen wir da das rechte Schlafzimmer. Ja. Nehmen wir das rechte Schlafzimmer. Dann nehme ich mir kurz hier so eine Tür. Gibt es denn da Tapeten? Oh, wow. Oh, wow. Soll ich so ein richtiges Kitschzimmer machen? Komm, wir machen ein Kitschzimmer. Gibt es auch den passenden Bodennetz? Nee, machen wir weiß. Boah. Okay. Das wird cool. Dann nehmen wir uns hier dieses, äh, königliche, prunkvolle Bett. Und... Aber in... Rosa. Boah. Das wird... Das wird gut. Gibt es das? Müssen wir hier aber irgendwas anderes auswählen. Ähm... Ja, das passt noch gut, oder? Oder weiß? Das sieht nicht ganz so schrecklich aus. Ein Greenscreen. Oh mein Gott. Aber ich hätte gerne Lampen. Die da, die ist so gut. So. Ja, natürlich. Hey, ein Fernseher... So ein großer Fernseherzimmer muss schon sein hier. Ja, alles ein bisschen schrecklich. Aber schwarz geht noch, klar, oder? Ah, ich finde die Sachen alle nicht so prickelnd. Wollen wir noch einen Geldspeicher? Es gibt Vorhänge. Schreckliche Vorhänge. Also wenn man in diesem Schlafzimmer keine Albträume kriegt, dann weiß ich auch nicht. Würde sagen, wir lassen es. Der Raum ist eh... Man weiß nicht, wo man hinschauen soll, wenn man da reingeht, glaube ich. Also... Wir lassen ihn so. Seasons. Oh mein Gott. Yay. Seasons. Was machen wir denn da? Ja, ich glaube, wir machen einfach eine Küche. A kitchen. Bei Seasons gibt es ja richtig viel, glaube ich. So viel gibt es da gar nicht, wie ich dachte. Ich glaube... Also entweder machen wir ein Wohnzimmer oder den Eingangsbereich, weil ich die Sachen hier eigentlich ganz schön finde für den Eingangsbereich. Lasst uns damit den Eingangsbereich machen. Ich glaube, das wird ganz cool. Machen wir hier so eine Kommode hin und hier so eine Kommode. Oder wobei, da gab es auch noch diese Garderobe. Gibt es denn da Böden? Nope. Aber da... Tapeten. Boah. Ja, wobei, so schlecht sieht es gar nicht aus. Und dann gibt es auch einen Grauen. Das ist sehr dunkel. Nehmen wir das helle Holz. Und Boden nehmen wir halt einfach einen... Base Game Boden. Alright. Standard. Was gibt es denn hier für Farben? Boah. Boah. Passt irgendwie keiner so richtig. Mh... Ich bin nicht happy. Sollen wir hier einfach so was Grünes hinstellen? Das sieht wirklich besser aus. Da sind ja Teller drin. Das passt ja gar nicht. Dann nehmen wir doch lieber das hier. Das passt besser. Vorhänge hinten war auch noch. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. Es wird... Gibt hier auch noch einen Teppich. Aber... Oh, war das eigentlich ganz süß? In der Farbe? Ja. Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Hier ist zu wenig Deko dabei. Ein Nussknacker. Kürbis. Ja. Wir nehmen einfach an. Das ist Halloween. Es ist einfach Halloween. Okay? Okay. So. Jetzt mache ich hier aber noch so einen Torbogen rein. Und wir den hier... Ja. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz schnuckling aus, oder? So. Sieht eigentlich einladend aus. Next. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Laundry Day Stuff. Boah, was sollen wir denn damit noch einrichten? Ich hatte ja gesagt, das Bad. Aber das haben wir schon. Ich glaube, ansonsten... wird da nicht viel bei rumkommen. Wir könnten einen Waschmaschinenraum noch mit einbauen. Sollen wir das machen? So hier so neben das Bad. Das habe ich auch noch nie gemacht. Dann haben wir jetzt hier einfach so einen kleinen Raum. Und... Haben wir da Tapeten? Nee. Dann haben wir Licht. Ja, das passt das so für so eine Abstellkammer. Das finde ich gut. Da wir nicht so viel Platz haben, nehmen wir einfach die hier. Ja, und dann möchte ich noch dieses Wäscheregal hier. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das können wir ja dann noch hier hin machen. Passt hier noch einen Teppich rein? Gerade so. Ein bisschen Waschpulver. Ja. Sollen wir uns noch ein paar andere Farben aus. Ich möchte das gerne anders in Weiß. Und das machen wir in Holz. Gibt es da dasselbe Holz? Nein. Ja, das ist ja auch ein witzes. Das ist dasselbe Pack. Warum gibt es da kein... Strange. Ist ja noch ein Blau. Hm. Sieht das cool aus. Hä? Das ist ja ein ganz anderes Weiß. Wollen wir mich komplett verarschen. Oder? Sieht das nur so aus. Aber schwarz ist dasselbe. Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Wer weiß das schon? Okay. Ah, hier gibt es noch eine Kerzenschüssel. Ja, komm. Besen können wir auch noch aufhängen. Das brauchen wir noch auch mal in der Abstellkammer. Und... Dann brauchen wir jetzt noch einen Boden. Oh, ich mag den Raum voll. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Einen Wäscheraum. Sieht cool aus. Sollen wir hier so eine blaue Tapete machen? Das sieht ganz cool aus. Oh, ich liebe den Raum. Ich glaube, das ist bis jetzt mein Lieblingsraum. Oh, wie cool. Und... Next. Oh, bitte was passendes für das Wohnzimmer. Wir haben eine Wohnzimmerküche, Esszimmer und Büro. Island Living. Ja, wunderbarli. Damit können wir auf jeden Fall das Wohnzimmer machen. Und hier gibt es ja auch Böden. Und zwar sehr schöne Böden. Dann nehmen wir doch glatt den Holzboden hier in hell. Ja, das passt doch einigermaßen. Und hier haben wir jetzt die freie Auswahl. Wobei es ja auch Küchenmöbel. Wobei es hier natürlich auch Küchenmöbel gibt, ne? Was? Das ist so vermutlich hier bei einer anderen Farbe. Das ist eigentlich ganz schön. Oh, was ist das? Ein Raumteiler. Wie cool. Dann... Könnten wir eigentlich den hier hinstellen. Ja, das ist doch gemütlich. Fancy Sachen gibt es hier. Oh. Oh wow. Also bei der Challenge lernt man auf jeden Fall die Erweiterungspacks gut kennen. Und sieht erstmal, was alles da dabei ist. Aber der Teppich... Weiß nicht. Passt der da rein? Oh, der ist ganz cool. Ja, der ist cool. So, hier haben wir jetzt mal noch ein Regal. Das ist zwar leer und wird wahrscheinlich auch leer bleiben. Oh, hier gibt es einen Vogel. Oder was ist das? Fisch. Ein Fisch. Natürlich ist es ein Fisch. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Das auch. Hier haben wir noch eine Vase. Und nochmal eine Vase. Was ist das? Oh cool. Mit Schnorchel und Tauchausrüstung. Oh cool. Die können wir noch nehmen. Ja, dann hängen wir doch jetzt noch das Regal oben drüber. Hä, gar nicht so, dass da jetzt keine passende Farbe dabei ist. Wir lassen das. Das macht mich aggressiv. Wenn in diesem Pack einfach nichts zusammenpasst. Warum? Oh, die Früchte sind ja auch toll. Die gefallen mir besser als die komische Figur. Ah. Ja. Passt doch, oder? Einfach so eine random Ecke hier. Mit einem großen Raum. Wahrscheinlich wird es besser aussehen, wenn einfach alles durchgeteilt wäre. Hm. Hm. Lasst uns das nächste machen. Hm. Get together. Da ist aber noch eine Küche dabei, oder? Ich hoffe es. Ich habe mich wohl geirrt. Shit. Ja, das einzige, was wir draus machen können, ist eigentlich ein Esszimmer. So. Mehr geht nicht. Irgendwie ist die Aufteilung hier total doof. Wir könnten hier die Küche hin machen und dann hier so den Essbereich. Ja, ich glaube das machen wir. Weil hier gibt es... Oh Gott. Das passt halt mal gar nicht hier rein. Oh no. Oh no, oh no. Das wird äh... Das wird hässlich. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt hier doch eine Mauer rein, weil sonst passt das ja eigentlich gar nicht. Sonst haben wir ja jetzt hier diesen... Insellebenboden drin. Das Morgi näht. So. Ja, so finde ich es besser. Und dann können wir uns jetzt nämlich hier Wände raussuchen, die... Wobei Zeit für Freunde dabei sind. Oh wow. Ja, hilft ja nichts. Oh Gott. Nee. Ich mag die nicht. Ich will die nicht nehmen. Ich nehme einfach welche aus Space Game. Okay. Ah, der Tisch ist auch voll hässlich. Ich bin unzufrieden. Bis jetzt war ja eigentlich noch ganz zufrieden, aber das jetzt... Hm. Der ist so schön im Pool. Hier gibt es halt gar nichts Schönes. Was sind die Pflanzen? Das Haus sieht aus. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Sollen wir noch eine Tanzfläche mit ins Esszimmer bauen? Oh Gott. Nein. Oh, das gleiche Spanimal Crossing. Süß. Ja, ist schon okay. Jetzt machen wir hier noch Kerzenleuchter drauf. Kerzenleuchter machen alles besser. Was ist das denn? Was ist das denn? Wow. Hm. Ja, ich glaube irgendwie besser wird es nicht. Jetzt haben wir hier mal noch normale Böden rein. Ich glaube dann sieht es auch schon mal besser aus. Den hier. Welchen haben wir denn hier? Ja, da machen wir den rein. Und dann einfach eine random weiße Wand. Oh. Ne. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, damit kann ich leben. Ähm. Es ist doch irgendwie komisch, dass man hier der Eingangsbereich. Dann kommt hier einfach der Essbereich. Dann kommt hier das Wohnzimmer, wo halb leer ist. Und jetzt müssen wir hier eigentlich die Küche reinmachen. Final Pack. The Kitchen. Ich bin gespannt, ob was rauskommt, womit wir wirklich eine Küche bauen können. Stangeable. Gibt es da Küchen? I don't know. Wir können auch noch ein Geheim Labor hier reinbauen. Es gibt keine Küche. Damit können wir keine Küche bauen. Wir müssen nochmal auslosen. Wir brauchen irgendwas, wo wir eine Küche bauen können. I don't know. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Backyard stuff. Damit können wir keine Küche bauen. Let's try again. Vampires. Ich glaube, da gibt es eine Küche. Yes. Jawohl, no belly. Herd und so müssen wir dann halt wahrscheinlich den vom Base Game nehmen. Aber ich glaube, hier gibt es auch Böden. Ja. Sogar recht schön. Oh man, die Tapete machst du wieder kaputt hier. Ach, die hat kein Muster. Doch, die hat auch ein Muster. Na gut. Das sieht noch einigermaßen süß aus. Ja, bleiben wir doch einfach bei grün. Das war eine riesige Küche. Hier setzen wir dann einfach noch einen Ofen rein. Und dann brauchen wir auch noch. So, finde ich es eigentlich ganz gut. Gibt es hier auch noch eine Lampe. Ein moderner, heißt Heizkörper. Heizkörper. Ja, da kommt hier auch ein. Warum nicht? Hier haben wir noch ein Schränkchen. Beautiful. Really beautiful. Eine große dekorative Urne. It's really decorative. Einfach so eine Urne in der Küche. Warum nicht? Ein Artikelbuchständer. Das könnte doch auch so ein Kochbuch sein, wo da drin steht. Ich habe auch so einen Halter in der Küche stehen. Also, ja, viel mehr gibt es aber auch gar nicht. Ein paar Bildchen hätten wir noch. Noch mehr Bildchen. Mir fehlt hier noch so ein bisschen Krimskrams. Waschbecken gibt es das? Oh je. Kann ich das hier irgendwie so... Ja, das sieht doch von modern aus. Wie diese modernen Waschbecken, die da immer so oben raus gucken. Ne? Vorhänge, aber die machen wir nicht hin. Die sehen furchtbar aus. Und... Hier können wir noch ein... Kästchen einstellen. Und den Herd, den wir halt einfach aus dem Base geben. Da können wir ja den hier nehmen, der passt da ganz gut dazu. Ja, ansonsten... Gibt es hier nicht viel. Super. Sieht doch cool aus. Ich würde es gar nicht so lassen. Wow. Wir sind durch. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so schwer vorgestellt. Also... Ist ganz schön verzwickt teilweise, weil man ja nicht... Nicht in jedem Pack sind für jedes Zimmer passende Möbel dabei. Am besten gefällt mir eigentlich das Bad und der Waschraum. Den finde ich am schönsten. Die zwei Räume finde ich am schönsten. Welcher Raum gefällt euch am besten? Schreibt es in die Kommentare. Und... Ansonsten würde ich sagen... War es das mit dem Video? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und lasst auch gerne ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten... Bis zum nächsten Mal. Ciao.